Vakshasthalajanupidasana ist die Kniepressen, die Brustzusammenstellung. Also Ausgangsposition ist die Hockhaltung. Von hier gibst du die Schultern nach vorne und drückst dabei die Ellbogen nach vorne zwischen die Knie. Mit den Händen fasst du um die Fasen und dann drückst du mit den Knien die Ellbogen immer näher zusammen, was dann auch den Brustkorb nach innen drückst. Das stärkt die Gelenke der Schultern, der Arme und der Hände und hilft für eine gute Schulter-, Ellbogen- und Handgelenksflexibilität.